Der Komponist wird nicht nur singen, er begleitet sich zusätzlich am Klavier. Eine doppelte Herausforderung für den Familienvater. Baby, seit du fort bist, geh ich kaum noch raus, besonders deine Gegend, meine ich. Nur selten treffe ich deine Freunde, sie fragen mich, was ich jetzt tu. Was soll ich denn schon tun ohne dich? Was soll ich denn schon tun?